Musik Jo meine Verrückten und herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde Minecraft QSG Wir spielen heute mal ein wenig QSG, weil wegen PvP Training und so Ich finde QSG, da kann man am besten das PvP trainieren, so hart den Skillen, so weiß ich Bescheid Und ja, da wollen wir uns heute mal ransetzen, ein wenig Skillen hier, ein wenig Rumskillen Wir werden es sehen, also ich bin auch mal selber recht gespannt Was denn da jetzt draus, oh shit, oh shit, Abstauber, Abstauber Action Ja nice, wir haben ihn trotzdem nochmal schön gekillt, so, okay, nice, dann ballern wir das da hin Und eigentlich wollte ich heute mal probieren, wenn wir es halt hinbekommen, irgendwie eine Angel zu kriegen Mal mit der Angel ein bisschen rum zu ballern So, die schönen Boos, schön mit dem Bogen drauf die ganze Zeit, schön Herzen abziehen, nice So, da haben wir ihn schon mal gekillt Ähm, ja okay, das haben wir leider nicht, aber der hatte doch eine Angel, oder? Ne, hatte er nicht Okay, ich wollte eigentlich echt mal heute ein bisschen probieren, mit der Angel rum zu Rushen hier Ähm, bei QSG Weil da hatte ich mal mega Bock drauf eigentlich So, da haben wir vorbeigeschossen, so, da haben wir dem mal richtig eine gegeben So, das hier ist auf jeden Fall auch so ein Angler-Man So, da wollen wir mal gucken, ob wir den trotz dessen, dass er hier rumangelt Trotzdem noch töten können, sehr gut Okay, nice Oh, 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 da kommt hier schon der nächste So, Kombo Okay, naja, einigermaßen gekombo Naja, jetzt war eher Bad-Kombo als Kombo Okay, da haben wir auf jeden Fall schon mal Hm, achso, den hatten wir schon Okay, Fail Jetzt nicht so gesehen So, zack Jetzt haben wir eine Angel, das ist gar nicht mal so schlecht Es, ähm, ist nur noch der Dark Gamer da The Dark Gamer Wo bist du denn, du Darker Gamer Oh, da haben wir ihn doch schon Da ist er doch schon, hallo Na, alles Watcher Wollen wir mal Hm, hm, hm Na, was soll das denn werden, wenn es fertig ist Das war jetzt ja wohl mal nix Na, wollen wir auch mal Oh, was war, was war das denn Du, der ruckelt aber ein bisschen Der hat aber gerade da ein bisschen rumgeleggelt hier Was macht der denn, what Leck ich oder leckt er Das weiß man nicht so Der hat doch geleggt Leute, habt ihr das gesehen, GG Aber, der hat doch gerade mega rumgeleggt, oder Das lag jetzt nicht an meinem Internet Würde ich jetzt mal behaupten So, wir spielen Hotel Als nächste Runde PvP Training hier Für was wir das machen, weiß ich auch noch nicht Einfach mal so, just for fun Weil PvP Training ist wichtig PvP Bizeps Training Den Bizeps pumpen einfach Und, ähm Ja, ne Wir wollen ja hier viele Leute schlagen In, äh, QSG Und deswegen Machen wir das hier mal Aber irgendwie Ich bin noch nicht so ganz zufrieden Hier mit dem hier Also irgendwie Blockhitten Ich find Blockhitten eigentlich recht sexy Aber das Problem ist Dass ich irgendwie manchmal nicht so richtig So, weiß ich nicht Manchmal klappt es halt einfach nicht so richtig Wie man sich das, ähm, vorstellt Hier dieses Blockhitten Find hier, also Spielgrad in der 1, 8, 7, glaub ich Für die Leute, die es interessiert Weil in der 1 Also ich find in der 1, 7, 10 Kann man am geilsten QSG zocken Ist einfach so Das geht Besser geht's gar nicht Nein Och Ein halbes Herz Den haben wir aber gut Damage gegeben Ähm Finde ich Besser geht's gar nicht Also Ja, mit der 1, 7, 10 Äh, mit der 1, 1, 8, 7 So 1, 8, 7 Ja Ist irgendwie Weiß ich nicht Die haben irgendwie Dieses Blockhitten Irgendwie total Gedamaged Und das fragen ja auch viele Leute Ähm Wie ich denn Dingsdarmster finde Wie ich denn die 1, 9 finde In den Kommentaren, ne Und, ähm Dazu muss ich mal sagen Ich hab mir irgendwie bis jetzt Noch kein Snapshot angeguckt Von der 1, 9 Ich glaube Die Devise wird einfach sein Lalalala Lass dich überraschen Ich lass mich glaube ich Einfach mal überraschen Was kommt Boah ey Da musst du ja Ich find Bei, bei diesem Angel Da muss man sich auch Komplett drauf konzentrieren Wie man das halt so Macht Oh, er brennt nice Da haben wir ihn richtig schön Ins Feuer gekickt Das war gar nicht mal So ein schlechter Move Würde ich jetzt mal sagen Es war ein gar nicht mal So schlechtes Move Mensch So Das war glaube ich schon mal Ja Kann man mal sagen Ein recht Guter Angelfight Nice What Der hat aber nicht mehr Viele Herzen Oder Nice Da haben wir es Zack So Das hab ich gesucht Noch 4 Leute leben Alter Wie schnell geht denn das heute Du die QSG-Hunden Die hauen Die ballern ja einfach hier durch Das kann ja gar nicht sein Eigentlich Dass das so schnell geht So flott Okay da oben sind welche Auf dem Dach am fighten Das Problem ist Ich komm da nicht rauf Ähm Da muss ich Ah toll Hier komm ich auch nicht Ja Hat ja viel gebracht jetzt Wo komm ich denn aufs Dach Ach hier Ach hier Ach hier Ach der Jetzt ist er schon wieder unten Oder was Okay Ähm Den kriegen wir Bestimmt Jetzt komm mal her Putt 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 Du bist Du bist mein nächstes Opfer P4P Training Bizeps brennt So Okay Mein Bizeps brennt Ich hab's häufig Pennt ne Das liegt wahrscheinlich Wieder im Hintergrund Oh 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 Leute Oh das war knapp Mein Freund Oh man Das war knapp Oh man Oh man Das war knapp für dich Knappe Küste Nennt man sowas Nice Okay da haben wir ihn schon Alter Was Wieso geht denn das Diesmal so flott Ey Irgendwie sind die Leute So schnell tot Okay gut Den haben wir vielleicht Auch ein bisschen Mit dem Bow Ein Reingehauen So guck mal Da ist der Lars Lars But not least Ne Wollen wir den Lars Auch nochmal töten So Okay Nice Oh Oh shit Oh Oh nein Was Oh Gott Ich hab mich grad verklickt Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Was Nein Nein Oh mein Gott GG Oh mein Gott Leute Das war so übertrieben knapp Das war so knapp Das war aber auch grad der kompletteste Der krasseste Fail Den ich in QSG hatte Ich probier ja mit dem Mit dem Ne Mit dem Kien hier ein bisschen rum halt Mit zwischen 1 und 3 Und 1 und 3 Und so ein Gedöns Ne Und Alter Fall da Ne Das Weiß ich nicht Ist manchmal gar nicht mal so einfach Weil man muss sich echt drauf konzentrieren Was man hier für Tasten überhaupt drückt Ich mein man kann ja die ganze Tastenbelegung Alles umlegen Ne Aber die Sache ist Ich wüsste jetzt auch nicht Was besser ist Oder wo man es halt besser drauflegen kann Als auf 1 und 3 Deswegen So zack Da haben wir den Ersten schon mal hier Out of the universe Gekickt So Ich verklick mich auch manchmal Hier einfach nochmal Das ist einfach manchmal echt ein bisschen blöd So Okay nice So Zack Noch so ein Helm Full Eisenrüstung Sehr gut Die haben jetzt aber leider noch keine Angel Das ist ein bisschen blöd Ich möchte nämlich heute echt mal das mit der Angel Durch die ganze Zeit probieren Oh was ist das denn hier Was ist da denn los Oh haben wir Haben wir jemanden getötet Ne Schade Wurde anscheinend noch von jemand anders getötet So Oh Fade Ach man Friend of the sun Jetzt Come to me Ach Gott Man kann doch nicht so schlecht sein Das kann nicht sein Okay warte mal Dann Den Warte noch Ein Schuss Ah schade 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 Und er ist aber Er ist aber schon gut down gewesen jetzt So Zack Irgendwie weiß ich nicht Der macht einfach nichts Der greift auch nicht an Der dachte sich einfach mal Ich fress meinen goldenen Apfel da In der Ecke Und dann Mache ich irgendwas Mache ich Chilly Millie Chilly Millie Die Stars Ananas Oder haben wir hier schon wieder den Angler Den nächsten Okay wir haben aber selber persönlich Leider keine Angel Oh scheiße Und wir haben auch keinen Bogen mehr Nein Er hat uns ins Kombo genommen In Kombo genommen Gerade Das war gar nicht mal so eine schlechte Aktion Die du da gerade gemacht hast Mein Freund Das kann man nicht anders sagen War gut War sehr gut So wir essen mal eben ganz schnell was Und dann Laufen wir außen rum Ah schade kommt man leider nicht durch So Okay er geht in den Keller Wir haben auch echt keine Angel Das ist doch doof Das ist doch blöd Okay da oben ist aber noch einer Ach du Scheiße Ich glaube den Den lassen wir mal lieber Den lassen wir mal lieber da sein So warte mal Was ist denn mit dem Kommt der da jetzt irgendwo die Treppe hochgeschlendert Oh gucke mal Hallo mein Freund Na alles klar Dich hatten wir Äh Er Ich glaube What Ja What Spamming Er heißt auch einfach What Spamming Läuft bei dir Läuft bei dir mein Freund Läuft bei dir Okay Nice Jetzt wird schon mal scharf geschossen auf uns Das ist natürlich blöd Weil wir auch vollste zwei Herzen haben Go with your heart tonight Na und so So zack Den haben wir schon mal Oh nein Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Ja Ja Was Alter Alter What Ach man Jetzt wissen wir gar nicht wie viel Herzen er hatte Weil der andere uns einfach mit dem Bogen gekillt hat So ein Mist aber auch Okay Wir machen mal Force Map Wait Ganz schnell Da hab ich nämlich grad richtig Bock drauf Auf Wait Eine Runde Schöne Runde Wait noch Hier am Ende des Videos Oh ich bin gespannt Und in den nächsten Tagen Gibt's auch mal wieder ein Video Was euch bestimmt freuen wird Ich kann auch nicht sagen Wann es kommt Weil das weiß ich auch noch nicht so genau Es wird auf jeden Fall Ja As soon as possible aufgenommen Und Ja Ich bin gespannt Also viele von euch Werden das hart feiern Das weiß ich jetzt schon Weil viele von euch Das auch Halt Ja Ne Weil viele von euch Ja Auf Da drauf stehen So halt Ne Ist halt einfach so Und ich bin so übertrieben schlecht Wir müssen jetzt leider nochmal eine Map rein Ey Boah Jungs ey PvP Training ist wichtig Das weiß ich jetzt schon Warum Ja Boah ey Manchmal Manchmal wirklich Ich bin Ich bin Ich will ja jetzt gar nicht mal sagen Dass ich wirklich schlecht in PvP bin Ne Das Stimmt ja auch vielleicht überhaupt gar nicht Dass ich schlecht in PvP bin Aber manchmal Da denkt man sich WTF Weil Einfach diese Takt Taktischen Taktical Ich wollte gerade Taktical 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 Zings Don't want to leave Äh Ja Wollen nicht laufen So Don't want to leave Okay Sie wollen mich nicht verlassen Die taktischen Fehler Wollen mich nicht verlassen Was auch blöd Ja Was alter Ne Never ever Never ever Wahrscheinlich alter So Du stippst jetzt Das Mit das schon mal klar ist So Und mein Freund der Sonne Du verziehst dich jetzt ganz schnell So Mein Gott Mmh Weg So Pet at wage Jetzt geht's richtig los Jetzt wird's richtig Hart hier Jetzt wird richtig Zerstört Jetzt wird die Zerstörung Die pure Zerstörung Ausgepackt So Keyframe Oh Nice Oh Gott Oh Gott Wie schlecht Aber meine Watt geht zumindestens mal nicht kaputt Das muss man auch mal sagen Sie ist auf jeden Fall schon mal nicht kaputt Natürlich hat er mich jetzt die ganze Zeit einfach gehört Hat er die ganze Zeit gehört Oh der haut da nur so Macht die ganze Zeit so Mega unauffällig Aber man kann ja beides Man kann ja So wenn man das schnell genug kann Alter das ist echt Vergewaltigung Pur Vor allem das tut in den Fingern richtig weh Weil ich benutze dafür jetzt Hier um rum zu gehen Benutze ich jetzt den Ringfinger und den Zeigefinger Ne Und der Mittelfinger Der ist auf W Zum Rennen Zum Rennen ist auf STRG der kleine Finger Da denkst du ja auch What the fuck What the Man einfach Ja Nice Aber das geht echt besser Hab ich das Gefühl Ich glaub man killt damit echt schneller Die Leute Als wenn man da nur so drauf haut Früher ging das doch auch mal Irgendwie Hab ich gehört Dass man Wenn man Ähm Ja halt ne Dass man Ähm Schläge damit verteilen konnte So halt Dass man damit Hits Das gemacht hat Mein Gott Das war jetzt gerade richtig bad So good to be bad Nice Den haben wir auch Sehr gut So jetzt ganz schnell was essen Jetzt mal kurz gucken Haben wir überhaupt einen Bogen Ja haben wir Sehr schön Wir haben auch noch einen goldenen Apfel Sehr gut Okay Deathmatch startet in 20 Sekunden Ich bin jetzt mal gespannt Wir müssen gegen den Big Rocky spielen Ich hoffe der ist jetzt nicht so doll equipped Und ich hoffe Der ist jetzt auch nicht so der Profi Oh 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 Jetzt das ist schon mal Das sieht schon mal hart aus Nur die harten kommen in den Garten Aber der backt bei mir ganz schön rum Muss man einfach mal sagen So das heißt Halbes Herz Das heißt wir essen mal ganz schnell einen goldenen Apfel Und gönnen uns dann Mal hier Oh Oh Okay Hat er gar nicht so viel abgezogen bekommen Gerade eben oder was Na weiß man nicht So Nice GG Yes Letzte Runde gewonnen Ich würde sagen Das waren gar nicht mal so schlechte Runden Könnt ihr mal euer Fazit unten in die Kommentare schreiben Wenn es euch gefallen hat Lasst einen Daumen nach oben da Wir sehen uns morgen hier auf wieder Auf jeden Fall wieder Zu einem neuen Video Heute nur Sagen wir mal so ein etwas kürzeres Ein bisschen spontaneres Video Weil ich heute leider nicht so viel Zeit habe Etwas Ja so wie so eine Challenge oder sowas aufzunehmen Weil ich gleich schon wieder in den nächsten Aufnahmeterminen rasen muss Und deswegen Würde ich sagen Danke fürs Zuschauen Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder Macht's gut Haut rein Tschüss Yo